Eine kleine REC-USV von der Firma Online-USV, die Zinto 800. Alle Infos nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen bei der HSW IT. Mein Name ist Christian Schmidt und heute geht es um die Zinto 800 von der Firma Online-USV. Die Firma sitzt hier bei uns gleich um die Ecke. Wir sind sehr zufrieden damit, hatten auch mal einen lustigen Support-Fall. War eine fehlerhafte oder eine beschädigte Lieferung, was man nicht von außen erkennen konnte. Wir mussten aber dringend zum Kunden, um die einzubauen. Wir haben nur noch auf die Lieferung gewartet. War was defekt und Online-USV hat uns sehr schnell und unkompliziert geholfen. Vielen Dank nochmal dafür. Ja, super kleine USV ist die kleinste, sozusagen REC-Fähige, die Online-USV anbietet. Wir nehmen sie ganz gerne her, so für ganz, ganz kleine Geschichten. Ansonsten ist eigentlich eher unser Hauptprodukt die 1500er, beziehungsweise dann auch größer. Was gibt es zu sagen? Ja, die 800 steht natürlich für die 800 Volt Ampere. Sind 720 Watt bei Volllast bei 6 Minuten. Bei Halblast circa 14 Minuten. Das ist in der Regel vollkommen ausreichend, je nachdem, was natürlich hier dran hängt. Wir haben sonst noch Gewicht knappe 13 Kilo und auch die Maße sind hier 44 Zentimeter mal 88,8 Zentimeter. Entschuldigung, ich habe zwei Höhen-Einheiten und hat hier eine Tiefe von 41,2 Zentimeter. Ansonsten, was hat sie sonst noch zu bedienen? Klar, wir haben ein Display, wo wir dementsprechend ein- und ausschalten können und Tests fahren können. Und hier hinter der Blende, wenn ich schön abnehme, ist das Kabel für die Batterie. Die ist jetzt hier natürlich noch ab. Da kann man sie aktivieren, beziehungsweise so kann man halt auch die Batterie wechseln. So, jetzt machen wir das da mal wieder drauf. Ich schalte mal auf die oberste Kamera um, um euch zu zeigen, was es hier für Anschlüsse sind. Da haben wir doch, ich rück das mal ein bisschen gerade. So, perfekt. Ja, wir haben unseren Input mit maximal 10 Ampere, weil es ist halt nur ein Kalkgerätestecker. Reicht aber aus, die größeren Anlagen haben dann den anderen Stecker, um wirklich die vollen 16 Ampere zum Beispiel zu kriegen. Für die, die es will, es ist. Dieser Network Protect, ja, kann man machen. Ich halte davon nur bedingt was. Vor allen Dingen, da es teilweise nur den Cut5-Standard entspricht, bin ich da nicht unbedingt von der Freund. Wir haben einen USB-Anschluss, das haben sie ja eigentlich fast alle. Hat aber halt einfach den Vorteil, dass ich es zum Beispiel direkt an der NAS zum Beispiel anschließen kann, um diese herunterzufahren. RS232-Anschluss habe ich noch. Hier hinter der Plastikblende kann ich noch ein SMNP-Modul stecken, um zum Beispiel auch Windows-Server oder mehrere Server damit dann zu steuern. Macht natürlich Sinn, wenn die USB ein bisschen größer ist. Dann habe ich die programmierbaren Ausgänge, wie man hier sieht. Die sind ein bisschen getrennt. Und ich habe halt normale Ausgänge. Die programmierbaren kann ich dann halt über das Modul steuern. Sehr gut. Ansonsten, ja, ist dieses gute Stück, wie man sieht, relativ klein und kompakt. Und da ist auch ein kleiner Nachteil. Werde ich in einem anderen Video nochmal darauf zeigen. Ansonsten ist das Ding einfach wirklich klasse, super Einstiegs-USV fürs Rack, meiner Ansicht nach. Was gibt es sonst noch dazu zu sagen? Eigentlich nicht viel. Es ist eine USV, es macht Strom. Ja, wie gesagt, es ist eine kleine Einstiegsgeschichte mit 10 Ampere Eingang. In der Regel ja vollkommen ausweichend, je nachdem, was man machen will. Und dementsprechend sehe ich hier, was ich damit alles kann. 800 Volt Ampere, das ist eine Menge. 720 Watt, sechs Minuten lang. Da komme ich schon eine ganze Weile mit hin. Also wenn man da jetzt so ein Switch und, dann weiß ich, eine Firewall und vielleicht noch eine kleine Nassabe, dann laufen die doch schon mal so irgendwo wahrscheinlich 15, 20 Minuten. Also rein theoretisch. Man sollte es natürlich vorher runterfahren. Dementsprechend sollte auch die USV ausgelegt sein. Je nachdem, was man halt wie gesagt vorhat. Ansonsten gibt es halt noch die Zinto 1000. Die hat dann 1000 Volt Ampere. Das sind dann 900 Watt. Und ansonsten die 1500er. Das ist eigentlich die hauptsächlich, die wir verwenden. Die sind im großen ganzen Baugleich. Die haben teilweise nur Akkus. Manchmal sind sie noch mal einen Tick länger. Sind aber alles 2 HE Geräte. Also von daher super. Die wiegen dann natürlich nur mehr, weil ein paar mehr Akkus sind. Die 1500 Volt Ampere hat schon 1350 Watt bei Volllast. Also 10 Minuten. Das ist dann schon eine andere Geschichte, wie lange sowas dann hält. Und sonst gibt es noch die Zinto 2000 und 3000. Die 3000er hat zum Beispiel 2700 Watt bei Volllast und hält dann 6 Minuten. Das ist schon eine ganz erhebliche Ansage. Je nachdem, was man braucht. Für kleine Zwecke finde ich das als Einstiegsmodell sehr, sehr gut. Sehr, sehr kostengünstig. Liegt irgendwo knapp bei 200 Euro rum. Preise schwanken gerade ja nun unendlich. Das heißt, es ist ein relativ gutes Einstiegsmodell, wie ich finde. Ja, ansonsten hoffe ich, dass wir da euch ein paar gute Infos geben konnten zu dem kleinen Produkt. Abonniert uns und bleibt auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.